ja und damit geht es auch hier weiter bei television mit mir dem oro ich glaube ich habe gerade irgendeinen fehler meine maus ist nämlich zu sehen da ist er weg perfekt schauen wir mal hinten mal rein warum kann ich die nicht nehmen schauen wir mal nochmal nach unten weil ich will ja schon mit vollen die text gehen wir kriegen aber kein mini pack mehr an der waffenkiste und ein zweites wäre mir schon ja toll wir haben auch die räume schon durchsucht das heißt die werden wir nicht mehr finden okay machen wir es so muss gehen muss gehen schauen wir mal ins inventar vielleicht können wir noch irgendwas verbessern das können wir verbessern und eine kleine maschinenpistole die ist deutlich stabiler also mir doch lieber naja dann monitoren fassen und dann ab nach oben die Los geht's! Ihr seid alle tot! Müsst ihr nicht noch sterben? Wieso kann ich dann nicht Deckung suchen an der Stelle? Hört nicht auf, bis sie tot sind! Ja, manchmal! Schnell! Brenne Bitch, renne! Nachladen, komm! So, und jetzt die nächste Gruppe! Na komm! Ähm... Hey, haut schon ab! Ich schaff dir nichts! Ja, kann doch... Ich schaff dir nicht! Halleluja! Das war jetzt richtig eng! Das war jetzt Jungfrauen eng! So, aber hey, wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Das Dach vom Polizei-Revier gesichert! Halleluja! Das war jetzt aber mal ein Gefecht! Das hat schon mal gut angefangen, das Spiel! Waffeneinführung, okay! Ich bin unbewaffnet! Ach! Na, Polizei-Revier, ne! Ich dachte schon, wir wären jetzt, ähm... Auf der Brücke oben, aber ne, das sind wir nicht! Das sieht aus wie ne Quarantäne-Bereich! Ja, ziemlich leer, die Bude! Da drüben! Hinter dem Gebäude ist eine Bar! Der beste Whisky Sour von Manhattan! Ja! Das ist immer ein fetter Heli! Der Rest von uns sitzt in diesem Heli! Unglaublich, dass es jetzt wirklich soweit ist! Dann los! Na! What the hell? Ah! Scheiße! Ihr Bein sieht aber echt nicht gut aus! Mein Bein! Ah! 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 Irgendwas hat den Handy gesprengt! Ja, die kam nicht mehr raus aus der Stadt. Das hat so eine Quarantäne an sich. Und darauf trinke ich mal eine. Also kleinen Moment, Entschuldigung. So. Yeah. Let's party. Jetzt beginnt es richtig. Unglaublich, dass es jetzt wirklich soweit ist. Gute Arbeit, Agent. Da kommt er. Dann los. Der beste Whisky Sour von Manhattan. Bleiben Sie wach. Ich brauch Sie. Sorry. Wenn wir Sie retten. Hey. Halten Sie durch. Hey. Gein Erfolg. Halten Sie durch. Bleiben Sie wach. Ich brauch Sie. Meine Brille hat überlebt. Hören Sie. Das wird wieder. Hey, momentan geht es Ihnen besser als mir. Shit. Die Explosion hat den Commander getötet. Wir haben einen Job zu tun. Den erledigen wir. Es ist nur... Landung in einer Minute. Sie müssten erst gleich auf der rechten Seite sehen. Manhattan. Tom Clancy's The Division. Mit mir, eurem Oro. Werden wir den Bösen jetzt auf die Fresse hauen. Und das nicht alleine. Ich habe mir über die erste Welle herausgefunden. Die sind alle entweder tot oder werden vermisst. Also liegt es jetzt an uns. Und deshalb müssen wir uns zusammenreißen. Und zwar schnell. JTF-6-8 an Tower. Sicht auf den Hudson. Ja, zwei Division-Agenten an Bord. Die Explosion vorhin war Ihr Taxi. Okay, JTF-6-8 klar zur Landung. Normalerweise braucht man Zeit, bis man jemandem vertrauen kann. Tja, wir haben keine Zeit. Ich vertraue Ihnen. Das muss ich wohl. Ich hoffe bei Gott zu Recht. Ihr Bein sieht scheiße aus. Danke. Sorry, aber sowas mag gehen. Jetzt hier dieses... Ha, toll. Vierklick. Ich mache mal einen kleinen Tick leiser. Zu den anderen. Ja, die kommen erst oder später. Musik-Lautstärke. Trimma so. Effekt-Lautstärke. Ja, auch. Und Dialog lassen wir oben. Heimkino. Äh, doch Heimkino ist es ja im Endeffekt. Mikrofon an. Ja. Wo man Push-to-Talk. Äh, das war doch mal hier. Ah. Scrollen. Nein, nicht das, sondern das Logitech-Headset und Push-to-Talk. Ja. Hat der jetzt eine Einstellung gemacht oder was? Ja. So. Inventor. So, dann werden wir jetzt mal weiterziehen. Den Bereich kennen wir ja alle schon recht gut. Wer die Beta-Folgen gesehen hat, hat das Ganze schon gesehen. Wir werden trotzdem Dialoge anhören. Ein bisschen die Atmosphäre genießen. Hey, Sie. Wollen Sie was kaufen? Können Sie hier von irgendwas gebrauchen? Äh, ne. Nicht an. Ja, gebrauchen. Ja, aber nicht. Das ist mir ein Nehme. Dann nehmen wir drüben erstmal die Quest. Doch, ich hinterlasse Fußspuren. Nur da sind so viele Fußspuren, dass man es kaum noch sieht. Hier war die Quest. Genau. Oh, du siehst müde aus, Agent. Und ich sag's ja nur ungern, aber es gibt noch so viel zu tun. Also denk dran. Wolle ist bei diesem Wetter besser als Synthetik. Und hör mal, ich hab diesen Funkjob zwar nur wegen meines Ischias bekommen, aber ich werd dich mit allen Infos versorgen, die du brauchst, Schätzchen. Ich danke dir. Junge, komische... Hey, ich seh doch, dass Sie bessere Ausrüstung brauchen. Ich seh Ihnen an, dass Sie etwas kaufen wollen. Äh, nein, nein. Uh, die wird mir natürlich gefallen. Ne Klassik... Feuerstoßen-Modus. Feuerstoßen-Modus, das gefällt mir doch fast besser. Äh, dann verkaufen wir mal den hier. Inventor, Rucksack, werden wir sowieso gleich alles los wieder. Ich mag aber die Waffe, und zumal die Waffe auch einen Feuerstoß-Modus hat, bin ich ja noch begeistert davon. So, die Handlampen sind mir jetzt mal hier recht egal. Holen wir uns die Quests. Und 100% Quest-Level erreicht. Gucken wir mal, ob da schon was drin gelagert ist. Nein, natürlich nicht. Das müssen wir uns erst alles abholen. Also, ab zum Madison Square Garden. Ja, komplett Safe-Houses. Ja, ich bin jetzt schon begeistert. Die Karte ist doch noch recht mickrig, möchte ich mal so anmerken. Aber es wird ja, es wird ja. Wir Feinde nähern sich von der Stra... Oder, ne, das Ganze kriegen wir erst einen Belohnungshändler. Ja, dann auf, auf und davon, wie man so schon sagt. Na gut, davon, äh... Sowas wollen wir ja nicht mehr sehen. Gut, die Waffen sind okay. Tun wir's also. Und wenn sie Kinder haben? Du einfach so, als ob du's ernst meinst. Dann geben sie nach. Vor allem mit Kindern. Ja. Und wenn nicht? Dann geht das auf sie. Sie sterben nur dann, wenn sie sich dafür entscheiden. Sie haben die Wahl. Das ist doch Blödsinn. Ja, aber ich geb reichen Arschlöchern keinen Freiferschein, nur weil sie Familie haben. Ihre hat Familie. Und meine verhungert. Jetzt sei ein Mann und lass es uns tun. Der wurde erschossen. Die anderen hatten was abgekriegt und sind noch nach da. Okay. Blutig, aber Realität. Zumindest eine fiktive Realität in dem Spiel. Aber so ist die Menschheit. Nicht das Wohl der Gemeinschaft, sondern das Wohl des Einzelnen. Das ist ganz typisch Menschheit. Was geht's Neues? Ach, ist ja eigentlich egal. Gehören Sie jetzt etwa auch zu den Bösen? Noch nicht, aber für dich gerne. Dann würde ich sagen, ab zum Madison Square Garden und dann werden wir uns langsam hocharbeiten. Und quer durch Manhattan arbeiten. Das alles gehört uns. Niemand kommt hier rein. Das waren die Handlampen. Wir haben mal befreit. Der wird sich freuen. Inventar. Wir haben doch gerade was gefunden. Was grünes. Besser anlegen. Raus und weiter geht's. Zentrale. Hier ist Division Agentin Fei Lau. Bevollmächtigt und autorisiert durch Präsidentenverfügung und Director 51 als Teil der Operation Answer. Phase 2. Wer Sie auch sind, Sie werden massiv angegriffen. Ich weiß nicht, welche Art Hilfe Sie... Ach, scheiß drauf. Wir nehmen alles, was Sie haben. Wie kommen Sie in meinen Frunk? Wir retten Ihnen den Arsch. Aber passen Sie auf, dass Sie auf keinen schießen, der Ihnen helfen will. Ende. Achtung. Äxler auf lokale JTF-Frequenzen. Einheit 43. Vorsicht. Agenten der Division sind als Rückendeckung zu Ihrer Stellung unterwegs. Ohne auch Zeit, dass Hilfe kommt. Schaffen Sie sie sofort her. Forster, wir brauchen Unterstützung auf der Treppe. Martinez, zur Flanke. Los, los, los. Ohne auch Zeit. Was? Feuer frei! Nimm meine Gnade! Wie haben Sie das gemacht? Mach zu! Bastarde, verdient die Tod! Biss ihn weiter ein! Ohne Kämpfe! So und weiter vor, weiter vor. Kommt, 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 vor Rücken. Medi-Pack und weiter geht's. Uh, ganz uncool, der Kerl. Keine darf hinkommen! Freie Schutzbahn! Beide! Wexer! Sehr schön! Ja, du wirst wünschen, dass du ein Virus erweckt bist. Das weiß ich. Ja, du wirst wünschen, dass du ein Virus erweckt bist. Nachladen und weiter geht's. Ja! Ja! Zentrale? Die Lage da draußen ist jetzt unter Kontrolle. Mein offizieller Bericht? Die Division hat uns den Arsch gerettet. Danke für die Meldung, Einheit Bravo. Schön, dass Sie es geschafft haben. Bleiben Sie wachsam. Wir müssen die Basis wieder aufbauen. Gehen Sie ruhig rein und sehen Sie sich schon mal um. Ich habe endlich ein Transportmittel und bin auf dem Weg zu Ihnen. Gehen wir das an. Ja, dann ab in die Basis. Und Reinigungssysteme aktiv. Kontamination Stufen. Agent, wir müssen die Basis wieder aufbauen und wir müssen den New Yorkern zeigen, dass sie ihre Stadt zurückkriegen. Unsere Operationsbasis hat viel Potenzial, aber im Moment ist sie ein Schrotthaufen und wir können sie nicht bemannen. Um den Laden auf Vordermann zu bringen, brauchen wir Leute, die wissen, was sie tun. Ärzte zum Beispiel. Da ist eine Virologin, die das Feldlazarett am Madison Square Garden leitet. Aber die ganze Gegend ist im Arsch. Mit ihr kriegen wir die medizinische Abteilung zum Laufen. Ohne sie. Der JTF-Commander Benitez ist draußen im Einsatz und es besteht kein Kontakt. Holen Sie ihn. Wir brauchen ihn, um den Security-Flügel einzurichten. Und es würde zusätzlich die Moral stärken. Wir müssen auch die Grundversorgung wiederherstellen. Wir brauchen Strom und vor allem die Netzdaten. Das hat schon jemand für den kleinen, äh, ja. Für die kleine Hänger, wie auch immer man es jetzt besitzt. betiteln will. Bei mir hat es nur gerade die Aufnahme kurz abgebrochen. Naja, nicht wirklich tolle Sachen. Sind Sie auf irgendwas gestoßen? Schon klar, schon klar. Man, dieses Passway-Ding ist die reinste Geldverschwendung. Mehr als in der Leichenhalle ist das nicht gut. So, Quest angenommen. Oh, Donuts. Noch mal ein Stück leiser machen. Und irgendwie, äh, ist mir das Ganze noch immer ein bisschen zu laut. Äh, Audio. So. Okay, also du bist ein Division-Agent, ja? Super. Halte dich nicht mit dem Tod oder dem Gemetzel um dich herum auf. Oder der Tatsache, dass so viele schon versucht haben, was du jetzt versuchst. Und dabei kläglich scheiterten und auf furchtbare Weise den Tod fanden. Klar, sie hatten wesentlich mehr Unterstützung als du jetzt. Aber was soll's. Das Schicksal ist hart und ungerecht. Da kann man nichts machen. Denk positiv. Ich bin nur heilfroh, dass du da raus musst und nicht ich. Aber ich halte dich auf dem Laufenden. Okay? Hey, du bist so motivierend. Wenn du noch motivierender würdest, werde ich hier erschießen. Der medizinische Flügel ist eine Ruine. Sobald wir den Virologen hier haben, können wir einen Stab einrichten, den Ursprung des Virus erforschen und Vorräte heranschaffen. In erster Linie für die Zivilisten, aber auch für uns. Da haben wir ihn doch. Alles, was Sie brauchen, ich hab's. Ja, das ist eine ganze Menge, was ich da jetzt gerade einlösen kann. Ressourcen, Dark-Key-Schlüssel, die lasse ich erstmal noch da. Die Granaten waren sein. Das Geld. Bauteile. Dann nehmen wir einmal die komplette Ausstattung einmal an uns. Auch sehr gut, wenn sowas schon mal angezeigt wird. Okay. Und die Dark-Zone-Credits nehme ich jetzt nicht. Nicht die Dark-Zone-Schlüssel, weil wenn ich in der Dark-Zone die Schlüssel verliere, wäre es echt uncool. Nehmen wir den ganzen Kram einfach bei uns in die Taschen. So, dann holen wir uns einmal die ganze Ausstattung. Ich hätte auch schon gerade so im Blick was gesehen, was mir gefällt, wenn ich endlich alles habe. Verdammt ist das Ziel. Danke. Meine Kunden waren immer zufrieden. Ja, ich war auch gerade sehr zufrieden. Jetzt schauen wir mal. Aussehen. Wie war das Inventar? Aussehen. Hut. Hey, was kann ich für Sie tun? Uh, ja. Nein. 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 Nein, nicht wirklich. Wird ja mal schlimmer. Das Wort gefällt mir schon mal ganz gut. Ich werde aber dann noch gleich mal... Jacke. Swat-Jacke. Ja. Nein. Nein. Definitiv. Nein. Nein. Nicht wirklich. Nein. 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 Wobei... Kultjacke... Hey, kommen Sie ruhig näher. Okay, da fehlt doch eine Jacke. Okay, das muss ich dann mal checken. Ein paar ordentliche Sprottosen. Mal gucken, Polizei. Nee. Nehmen wir mal das hier. Ja, kommen Sie mal rüber. Äh, und... Verzeih mir, meine Nase hat gerade getröpfelt. Nein, 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 nein. Schauen wir uns das ganze Swat-Set einmal mal an. Da werde ich hier nochmal auf Swat umstellen. Und Stiefel-Technik, was haben wir denn da? Schwurt, Polizei, Nationalgarten, Motorrad. Naja, so begeistert bin ich jetzt nicht wirklich davon. Mal sehen. Dann nehmen wir mal das. Wieso habe ich da bloß keine von den Jacken gekriegt? Gibt es da keine oder bin ich da... Mein Nationalgarten hat natürlich auch was. Ne, die Mütze behalten, aber dieser Antreff finde ich nicht so prickelnd. Nehmen wir das. Äh... Ja, das sieht doch schon mal besser aus. Wobei... Ja, ich weiß, ich bin gerade echt weiblich, aber ich bin, was das betrifft, immer sehr pingelig. Ne, das... Das geht jemals überhaupt nicht. Äh... Ja, nehmen wir das so. Swat, Motor, nein. Die Jacke, Nationalgarten, Jacke. Und die Hose. Aber die Hose ist mir zu aufdringlich. Das ist mir farbtechnisch echt zu aufdringlich. Gibt es keine Nationalgarten oder was? Nehmen wir das so. Dann schauen wir mal jetzt in die Waffen. Ja, die Folge wird etwas länger, aber das mit Absicht. Zweimal dieselbe. Wieso zweimal dieselbe? Achso, das hat er mich angelegt. Ah, das hier sein. Ich verstehe. Nehmen wir die. Die gefällt mir von der Farbgebung deutlich besser. Wie eine doppel... Eine kleine doppelläufige Schrotflinte anstatt der Pistole. Ja, sehr gut. Das gefällt mir doch gerade richtig gut. Urban Warfare. Ja, dann machen wir das mal so. Genau. Urban Warfare. Draufpacken. Ich kann es ja jederzeit wieder runternehmen. Das ist das Gute an dem Spiel. Man macht ja nie was für ewig. Nerv mich jetzt nicht, sonst gibt es da was auf den Sack. Nehmen wir den Nationalgarder-Rucksack. Der andere taugt ja nichts wirklich. Ja, sieht doch schon mal recht schick aus, wie wir jetzt aussehen. Und so, dann werde ich aber eins noch machen. Einfach, weil ich es gerne mache. Wobei, brauche man nicht. Die Waffen kann man dann verkaufen. Die werden ja nur am Anfang was bringen. Der Sicherheitsflügel benötigt Aufmerksamkeit. Und wir brauchen Captain Benitez. Er kann die JTF mobilisieren und uns mit den nötigen Informationen und der Feuerkraft versorgen, um die Strafen zu säubern. Der Technikflügel hat schon bessere Tage erlebt. Aber wenn Sie Rhodes herbeischaffen können, wird er sicher noch einige Asse im Ärmel haben. Ehemaliger PMC. Er weiß mehr, als man erwartet. Ich halte ihn für sehr hilfreich. Hey, laufen Sie doch nicht weg! Ich habe eine riesen Auswahl. Ähm, verkaufen. Nein, den Delfin definitiv nicht. Die Waffe, ja. Das, den Rucksack. Das könnte Ihnen den Arsch retten. Glaube ich. Hey, hören Sie. Ich werde nicht mit Ihnen da rausgehen können. Nicht mit diesem gottverdammten Bein. Ich tue, was ich kann von hier aus. Auch wenn's nicht viel ist. Sie haben ja keine Vorstellung, wie sehr ich auf diesen Einsatz gewartet hab. Für genau so ein Szenario hab ich mein Leben lang trainiert. Aber das hier ist noch weit schlimmer, als erwartet. Sie erinnern sich, dass Sie keine Verbindungen knüpfen sollten, weil es Sie behindern würde, wenn Sie aktiviert werden? Nun, ich hab's probiert. Aber es hat nicht funktioniert. Nicht für mich. Das sind meine Mitbürger. Das ist meine Stadt. Wir holen Sie zurück. Hey, Sie müssen... Ja, okay. Okay. Die Leute brauchen uns. Lassen wir sie nicht hängen. So. Monizum fassen. Würde ich sagen, machen wir an der Stelle auf Feierabend hier bei The Division mit mir, dem Oro. Tschüss.